Der Fischer FAZ2. Der Kraftbolzen für höchste Ansprüche. Die perfekte Lösung in gerissenem und ungerissenem Beton. Neben Standardbohrern deckt die neue ETA-Bewertung auch das Hohl- und Diamantbohren ab. Der FAZ2 ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage und auch optimal für Abstandsmontagen. Flexibel einsetzbar. Der bewährte Spreizclip sorgt für Stabilität und höchste Tragfähigkeiten. Die neue Hutmutter schützt und bietet eine optisch anspruchsvolle Lösung. Der Vergleich zeigt, die Kurzversion ermöglicht deutlich geringere Bohrlochtiefen für eine spürbar schnellere Montage. Die variablen Verankerungstiefen ermöglichen eine millimetergenaue Anpassung an die Lastanforderungen. Flexibel, effizient, zeitsparend. Jetzt neu? Ein erweitertes Anwendungsfeld mit den Gutachten für die Betonklassen C12-15 und C80-95. Ganz neu ist der FAZ2 mit M6. Der weltweit erste Bolzenanker mit 6 mm Durchmesser und ETA-Option 1. Höchste Lasten bei maximaler Verankerungstiefe für den FAZ2 mit Durchmesser 10. Die perfekte Lösung zur Befestigung von Geländern, Fassadenunterkonstruktionen, Schwellenverankerungen, Rohrabhängungen und Kabeltrassen und noch viel mehr. Der Fischer FAZ2. So vielseitig kann Power sein.